Ich habe vor einiger Zeit schon mal verschiedene Suchmaschinen miteinander verglichen und wollte da noch einen kleinen Nachtrag bringen für den Thema. Ich habe noch etwas Interessantes gefunden und zwar die Webseite swisskaos.ch. Das ist ebenfalls eine Suchmaschine aus der Schweiz, wie die Adresse hier schon vermuten ist. Und ich nehme wieder das Stichwort, das ich auch in der ersten Folge der Internet-Playlist gewählt habe. Und schaue mal, was die Suchmaschine ausspuckt. Also das hier finde ich durchaus interessant mit den Kracheln. Die sieht man ja auch auf der Startseite. Hier sind irgendwie trendige Themen, nehme ich an. Ich weiß nicht, nach welchem Algorithmus das hier sortiert wird. Familiengerecht, keine Überwachung, keine Datenspeicherung. Donald Trump, wir können natürlich auch andere Beispiele nehmen. Und dann kriegen wir hier vernünftige Suchergebnisse. Fängt mal an mit Wikipedia, Twitter, Spiegel Online. Dann gibt es Amazon-Produkte. Ich nehme an, dass die Webseite so Geld verdient. Und hier sehen wir in Partnership with Bing. Aha. Gut, aber das mit den Tags hier, mit den Stichworten, gefällt mir ziemlich gut. Und um wieder zu unserem Beispiel von vorhin zu kommen. Wir können das ja mal direkt mal nach Gleichen. Also die Lemo-Biografie. Dann gibt es hier Videos bei Bing. Englische Wikipedia. Witze. News. Welt. Welt. Und hier ist das einfach ein bisschen anders sortiert. Ah, ne, auch Lemo. Planet Wissen, Spiegel, Amazon-Produkte und dann kommt hier auch die Welt, Bilder. Ja, also das sind sehr ähnliche Suchergebnisse, ein bisschen anders sortiert. Ich finde es aber, wie gesagt, vom Design her ganz gut, vor allem mit diesen Querverweisen hier. Es gibt auch eine Bildersuchmaschine, eine Videosuchmaschine. Im Übrigen nicht nur YouTube, sondern auch Instagram durchsucht. Äh, Shopping. Ja, hier sind wieder verschiedene Amazon-Produkte verlinkt. Musik. Finde ich sicher auch ein interessantes Feature. Und dann gibt es noch einen Übersetzer. Ist Powered bei Yandex. Interessante Suchmaschine. Swiss Chaos Punkt CH. Dann haben wir noch eine andere Suchmaschine. Die heißt FastBot. Gucken, was die so ausspuckt im Vergleich. Spiegel.de als erster Treffer. Ich weiß jetzt nicht, wie aktuell das ist. Anonym öffnen. Und das ist nicht gerade aktuell. Das ist wieder eine relativ merkwürdige Sortierung. Kommen aber völlig andere Suchergebnisse dabei raus. Wie bei der Suchanfrage gerade eben. Ist, denke ich, wieder eine Meta-Suchmaschine. Also, das auch nochmal als Alternative. Da gibt es Trends. Dann kommen wir zu einer Trend-Suchmaschine, wenn man so will. Bus 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 Sumo. Heißt die Webseite. Content Analyse. Und hier geben wir wieder unser Stichwort ein. Und dann stellen wir fest, dass diese Suchmaschine hier eher die sozialen Netzwerke durchsucht. Also, wir sehen hier verschiedene Einträge. Auch Englisch. Und hier sehen wir, wie die sozialen Engagements zu dem Thema sind. Bei Facebook, Twitter, Pinterest, Reddit. Und hier gibt es Backlinks, die im Web zur Thematik gefunden werden. Durchaus auch ein interessantes Thema. Vielleicht nicht der interessanteste Suchbegriff. Aber anscheinend sind hier auch nur die Basisfunktion kostenlos. Und für alles andere muss man sich mal anmelden. Aber sicher. Praktisches, interessantes Tool. Trending Now in News. Wir können hier noch verschiedene Zeiten eingrenzen. So wie auch Sprachen. Interessant. Und dann bekommen wir wieder völlig andere Suchergegnisse. Content Research Influencers. Oh, Daily Limit erreicht. Was bedeutet das? Das macht mich schon wieder fertig. Aber immerhin, man kann innerhalb eines gewissen Rahmens jeden Tag das Ding benutzen. Und zu guter Letzt stelle ich euch noch ein Broadreader vor. Google konnte ja bis vor einiger Zeit. Letzt hat eine extra Funktion. Um halt Foren zu durchsuchen. Und irgendwie gibt es die Funktion nicht mehr. Und deswegen müssen wir jetzt auch was anderes zurückgreifen. Wenn man Internetforen durchsuchen möchte. Und in dem Fall nehmen wir wieder unser Ebenschon benutzt das Stichwort. Und hier werden jetzt eben ausschließlich Foren im Internet durchsucht. Und durchaus praktisch, wenn man zum Beispiel zu einem Hardware-Thema oder sowas wissen möchte. Also ich denke, das sind alles sehr nützliche Tools. Mal von FastBot abgesehen. Das ist einfach eine Alternative zu den größeren Suchmaschinen. Und das Ganze nur noch als kleiner Nachtrag zum Video Suchmaschinen im Vergleich. Und wenn man hier auf den Button klickt, dann bekommt man noch eine Info dazu, wann dieses Thema besonders populär macht. Dann sage ich euch heute noch einen kleinen, ziemlich schnellen Browser, den ich im Internet entdeckt habe. Falcon heißt er. Das ist der ehemalige Kupzilla-Browser. Der ist ziemlich gut und ihr seht hier auch ziemlich schlicht die üblichen Einstellungen, die man auch kennt von Firefox, Chrome und so weiter. Hier kann man den individualisieren, sich zum Beispiel Lesezeichen ein- oder ausblenden lassen. Es gibt einen Verlauf logischerweise. Man kann suchen, Lesezeichen bearbeiten, vergrößern und verkleinern. Das Ganze basiert auf Qt. Wer nicht weiß, was das ist. KDE, das ist ein Linux-Desktop, der basiert da auch drauf. Der ist relativ kompakt hier in der portablen Version, entpackt, gerade mal 200 Megabyte groß zum Vergleich. Mozilla ist 321 Megabyte groß. Ja, der ist nicht so überfrachtet mit unnötigen Features. Funktioniert einwandfrei, kann sogar meine Webseite richtig darstellen. Alles da, wo es sein soll. Dann schauen wir mal in die Internetarchive rein. Da gibt es bekanntermaßen Spiele aus vergangenen Tagen. Zum Beispiel klassische PC-Games, etwa Doom. Und der Browser. Der Browser lädt das einwandfrei. Das spricht für den Browser. Der ist, glaube ich, ziemlich gut. Lesezeichen, Extras. Was er nicht anbietet, ist eine Synchronisation. Ich finde das vielleicht gar nicht so schlecht. Rechtschreibprüfung, Privatsphäre. Doch, Passwortverwaltung gibt es auch, aber eben keine Serversynchronisation, soviel ich weiß. Schriftdaten kann man einstellen. Also ein recht umfangreicher Browser, der ein bisschen kompakter ist, wie das, was man so kennt. Da wollte ich einfach nochmal kurz drauf hingewiesen haben. Nutzt eigentlich irgendjemand von euch die Discord-App? Ich finde, das ist eine ziemlich praktische App. Eine Mischung aus, ja, Chat-Klient. Man kann nicht nur mit Freunden chatten, privat sich unterhalten und so weiter, sondern man kann sogar eigene Spiele-Server erstellen. Sozusagen Chat-Channels. Also ich habe hier meinen eigenen Channel. Da ist leider noch niemand drin. Hier gibt es aber auch einen Raft-Channel. Hier sind ganz viele Leute drin, unter anderem auch die Entwickler von Raft. Und hier gibt es News und Ankündigungen und so weiter. Verschiedene Kanäle für verschiedene Spiele, die ich aktuell spiele. Gleichzeitig ist das Ganze aber auch TeamSpeak. Es gibt, glaube ich, ein Overlay, sodass man sich in Spielen anzeigen lassen kann, welche Freunde gerade online sind und wer auf dem eigenen Server ist und mit wem man sich eigentlich unterhält. So eine Mischung aus Skype und TeamSpeak und insgesamt recht gelungen. Und vor allem ist das Ganze auch Plattformen unabhängig. Ihr seht hier die auf meinem Rechner installierte App. Es gibt aber auch eine App, die komplett im Browser abläuft. Das heißt, man kann eigentlich von jedem Betriebssystem, das einen Browser hat, auf Discord zugreifen. Ziemlich schicke Sache. Was jetzt ganz neu ist, es gibt jetzt einen Shop, der hier inklusive ist. Den Store, genau. Also erstmal hier die Bibliothek. Discord kann die meisten meiner Spiele anzeigen und starten. Egal, wo du sie her hast. Spiele importieren habe ich bisher noch nicht gemacht. Könnte ich aber machen. Und dann gibt es noch einen Store, wo es jetzt einige exklusive Titel zu kaufen gibt. Das ist eine Entwicklung, die mir nicht ganz so gut gefällt. Was mir wahnsinnig gut gefällt, ist, dass die Spiele, die man eher auf dem Rechner hat, hier in das Dings mit eingebunden werden. Und auch Freunde und so weiter. Was mir nicht gefällt, ist, dass hier gleichzeitig Steam-Konkurrenz gemacht wird. Es gibt ja inzwischen so viele Anbieter EA Origin. Dann gibt es den Xbox-Store, wo Spiele angeboten werden. Es gibt Steam. Und ja, klar, jeder Hersteller will da sein eigenes Süppchen kochen. Ich als Verbraucher finde das nicht ganz so praktisch. Ich habe die meisten Spiele bei Steam und überlege mir sehr genau, was ich ansonsten für Spiele kaufe und wo. Vor allem, weil ich eben keine 10 Spiele-Download- und Bibliotheken-Klients usw. auf meinem PC haben möchte. Wie auch immer, falls ihr Discord zum Chatten verwendet, könnt ihr natürlich gerne auch mal meinem Kanal beitreten. Wenn da was los ist, dann passiert da vielleicht in Zukunft auch mehr. Und zwar erreiche ich meinen Channel, indem ihr auf meiner Webseite auf Kontakt klickt und dann hier den Discord-Link. So, einloggen oder neuen Account erstellen. Komplett kostenlos das Ganze. Und dann sehen wir uns eventuell auf meinem Channel. Das war die aktuelle Internet-Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut gerne mal in meinen anderen Playlists vorbei. Lasst eine Reaktion. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.